Die Getriebe und die Antriebskomponenten, die wir hier hinter mir sehen, sind vorgängig in Goldau alle Rinnen und Asch vormontiert worden, auseinandergenommen, auf Möhren transportiert und wir haben jetzt, so wie man es hier sieht, dass es am definitiven Ort um mich zusammengesetzt. Wir möchten hier vor allem zusammenbauen, was wir gemerkt haben, funktioniert zusammenbauen. Also sind die Komponenten aufeinander stimmig, plus das Material, das dazu gerüstet wird, ist das komplett. Dann machen wir die Einheiten, die nachher auf die Baustelle rausgehen, sei es auch von der Tonnage her, was wir transportieren können, oder sei es von der Einheit her, die absolut sinnvoll ist, auf die Baustelle zu schicken. Für diese Dinge zusammenzusetzen, nehmen wir uns die Eigenschaft von Metall zur Hilfe, indem wir die Welle hierher kühlen und das wird sie ein paar Zehntels Millimeter dünner, das Lager im Gegensatz der Wärme, das wird grösser und das gibt uns das Spiel, wo auch wieder ein paar Zehntels Millimeter diese Dinge zusammenzutun. Bei kleineren Bauteilen einfach Kühlschranken auf und Welle an drei Kühlschranken zu tun. Bei den Bauteilen, bei denen wir es jetzt tun haben, 200 kg, 400 kg plus funktioniert es nicht. Dann machen wir es in einen Behälter, die Welle an drei und dann mit trockenen Einschubdecken und das funktioniert dann auch. Wenn man das Gold auch in der Montage sehen muss, was es schlussendlich gibt, wenn man schon ein paar Mal einen Topf kratzt und das ganze Zeug aufmöhren, hier wieder innen, hier wieder zusammen tun und am liebsten noch nichts kaputt machen daran. Aber wie gesagt, ich brauche mich jedes Gramm Eisen, das man gut und sicher montiert hat, dann kann ich es vergessen. Ich meine, das ist nachher das Aushängerschild, wo du sagen kannst, ich habe auch daran gearbeitet, ich war auch Beteiliger. In welchem Umfang auch immer, ist ja egal, aber ich glaube, eine Menge kleine Rittchen haben auch ein grosses Ganzes. Und wenn alles miteinander muss es einfach funktionieren können, dann ist das eine super Sache miteinander. ...